Was ist eigentlich die Law Clinic Bonn? Bei einer Klinik denkt man zunächst an Ärzte. Bei einer Law Clinic führt dieser Gedanke jedoch in die Irre. Es geht vielmehr um alltägliche Rechtsprobleme. Bei diesen helfen Ihnen Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaft, die dabei ihr im Studium erworbenes Wissen aktiv anwenden. Die Kontaktaufnahme und Dokumentation der Beratung erfolgt in einem elektronischen System. Dies ermöglicht es auch, dass erfahrene Juristen, nämlich Anwälte und Professoren, die Beratungstätigkeit überwachen. Die Gespräche können hingegen auch persönlich oder per Telefon erfolgen, nachdem die erste Kontaktaufnahme erfolgt ist. Das Angebot richtet sich nicht etwa an mittellose Menschen, denn diese haben in Deutschland einen Anspruch auf Beratungshilfe. Stattdessen sehen wir unsere Vorteile darin, dass wir in kürzer Zeit sehr gründlich Fälle bearbeiten können, die für einen Anwalt kaum rentabel wären und so eher nicht aktiv verfolgt wären. Spannungан Stattdessen Stattdessen